Juhu, alles ist super, ich bin zu gefährlich, wenn sie in Feierzolle mit mir kein Ramba hat er da ran. Sag einmal jetzt schon, wieso bist denn du so super drauf? Wieso ich super drauf, ich frag's nicht, Herr Deppert, weißt du, nein, sag jetzt, um was geht's denn? Die Europameisterschaft ist bald da, dauert nicht mehr lang, ohne Luis Suarez, was natürlich super Leiband ist und den nächsten 2016 Astro gibt's auch. Was tust du mit dem? Frag nicht, Herr Deppert, weißt genau, Rennlackierung und Versorgung, nein. Jetzt können wir kurz ein Foto machen. Ja, danke, Freunde. Danke. Danke.